So, heute sehen wir wieder mal ein anderes Buffet. Es ist jeden Abend, es ist anders. Immer andere Klappen. Das türkische Buffet. Ein paar Mäuschen. Die türkische Klappen sind super schön gemacht. Hier haben wir eine ganz viel türkische spezielle Gämmen. Das geht auch schon mal. Einfach mal drücken zu können. Das gibt es große Fohre, weiß. Die Arbelika essen. Super schön. Hier gibt es Pizza. Und dann gibt es die Spezialitäten. Hier muss man einfach mal probieren. Das ist super lecker. Hier wird Fleisch in den Frucht an. Und dann gibt es die Spezialitäten. Hier wird alles frisch gemacht. Hier wird alles frisch gemacht. Schau mal. Das ist jetzt die Müsse. Das ist jetzt die Müsse. Ja. Hier verschiebt das Fünftfleisch. Hier ist das ganze Salzbeut. Pfeffer. Und hier gibt es auch alles was man mag. Pfeffer, Tommagen. Hier die ganzen Salatsoßen, was es alles gibt. Hier die Leggerweite. Schöne Leckerei, alles voll gut vorbereitet. Was gibt es so schön? Da ist der Matthias auch zufrieden. Matthias liebt Sushi. Es gibt noch mehrere, die immer sagen, oh, ich liebe Sushi. Überall die kirchischen. Super schön gemacht.